Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtext für diesen Sonntag ist das Losungswort, mit dem ich Sie zu Beginn des Gottesdienstes schon begrüßt habe. Wir finden dieses Wort in Psalm 34 im Vers 8. Gott heißt es, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Amen. Wir wollen beten. Liebe Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses wunderbare, verheißende Wort, das du uns als Losung für diesen Tag geschenkt hast, mit dem du uns jetzt einfach begegnen willst in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt. Wir wollen dich bitten für diese Predigt, dass du jedem Einzelnen uns klar und deutlich sagst, was du ihm zu sagen hast, was er hören soll. Damit das passiert, dass wir deine Stimme vernehmen können in dieser Predigt, Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne du selber reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, als Jugendlicher habe ich einige Jahre in einem Posaunenchor gespielt, ohne dass das den Posaunenchor weitergebracht hätte oder dass ich mich irgendwie besonders hervorgetan hätte. Aber da durfte ich so ein bisschen näher an Musik herangeführt werden. Ich habe es auch nur bis zur zweiten Stimme gebracht. Und es war so, wenn wir ein neues Stück einübten, dann war es so, dass der Posaunenchorleiter uns das selber kurz vorspielte von der Melodie. Und dann ist er hingegangen und hat dieses Stück mit uns wirklich durchbuchstabiert. Also, dann wurde Stimme für Stimme geprobt. Erste Stimme, zweite Stimme, Bass, Tenor. Danach wurden, je nachdem wie schwer das Stück war, die besonders schweren Dinge rausgegriffen, dann Takt für Takt nochmal durchgespielt. Bis schließlich, wir das so weit drauf hatten, dann konnten wir es in Gänze spielen. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich möchte heute in dieser Predigt genauso vorgehen wie dieser Posaunenchorleiter. Ich habe Ihnen auch ein ganz wunderbares Stück aus der Bibel mitgebracht, diesem Psalm 34, Vers 8. Gott schenkt es Ihnen als Losungstext für diesen Tag. Und ich möchte dieses Wort mit Ihnen auch noch einmal durchbuchstabieren, damit es am Ende dieser Predigt in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Herrlichkeit neu für Sie erklingen kann. So habe ich diese Predigt überschrieben über den Engel des Herrn. Ein Psalmwort wird durchbuchstabiert. Vier Punkte, erstens der Engel des Herrn, zweitens das Lagern des Engel des Herrn, drittens der Ort des Engel des Herrn und viertens die Hilfe des Engel des Herrn. Der erste Punkt, der Engel des Herrn, und so will ich dieses Stück noch einmal betonen. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. In diesem Wort geht es um den Engel des Herrn und diesem Engel wollen wir uns zuwenden im ersten Punkt der Predigt. Engel, so kann man generell sagen, sind Werkzeuge Gottes. Werkzeuge, durch die Gott einem zum einen beschützt und zum anderen Botschaften bezahlt. Im Griechischen heißt übrigens auch das Wort für Engel angelost. Das heißt so viel wie eben Bote und im Hebräischen ebenfalls Malach, ebenfalls Bote, Botschaften. Diese Engel sind Werkzeuge Gottes, keine eigenen geistlichen Geschöpfe, die eine Anbetung oder Verehrung verdient hätten, sondern sie sind in den Händen unseres lebendigen Gottes, wie der Hammer in der Hand eines Schlossers oder eines Schmiedes. Die Bibel unterscheidet unterschiedliche Arten von Engel. Das ist ganz interessant. Es gibt die gewöhnlichen Engel, also wenn wir morgen am Heiligabend Lukas Evangelium, zweite Kapitel hören halt nicht, da ist die Menge der himmlischen Heerscharen über dem Stall in Bethlehem. Das sind die gewöhnlichen Engel, ganz viele Engel, die dort singen. Es gibt den Erzengel, Erzengel Michael, besondere Engel wie den Gabriel, haben wir eben gehört. Es gibt die Cherubim, das sind diese streitbaren Engel, die vor dem Paradies etwa liegen. Die Seraphinen, die Jesaja sehen darf, dort als er die Gottesschau hat in Jesaja 6. Es gibt einen starken Engel, davon berichtet die Offenbarung. Es gibt die Schutzengel. Es gibt schließlich auch die Engel, die ihre Bestimmung verlassen haben, die gefallenen Engel, die sich dem Wirkbereich des Widersachers unterstellt haben. Also das ist ganz spannend, interessant. Ich habe vor einigen Jahren auch schon einmal eine Predigt nur über diese unterschiedlichen Arten der Engel gehalten. Ein Engel jedoch, der fällt aus dieser Gruppe raus. Ich habe Ihnen also gerade verschiedene Dinge gesagt. Einer fällt raus, steht über allem. Da fragt man sich, ist das überhaupt ein Engel? Das ist die etwas rätselhafte Figur des Engel des Herrn. Der Engel des Herrn. An besonderen Stellen im Alten Testament taucht dieser Engel auf. Übrigens im Neuen Testament, das muss man sagen, weil wir hier mal Lutherbibel lesen. In der Lutherbibel wird das ganz schwach übersetzt. Also die beiden Texte, die ich eben vorgelesen habe, da schreibt tatsächlich die Lutherbibel, also Matthäus 1 und Lukas 1, der Engel des Herrn. Das ist aber der Engel des Herrn aus dem Alten Testament. Bei der Verkündigung eben des Zacharias, da war es ja Gabriel, das war nicht der Engel des Herrn. Und auch bei der Verkündigung bei Josef ist es ein Engel. So steht es im Urtext. Leider übersetzt die Lutherbibel da sehr schwach. Da muss man gucken, das ist ein ganz großer Fehler. Es ist nicht der Engel des Herrn, der dort verkündigt, sondern ein Engel des Herrn. Denn der Engel des Herrn ist etwas ganz Besonderes. Der Engel des Herrn ist Gott selber. Der Engel des Herrn ist Gott selber. Hier geht etwas ineinander, was wir so nur annehmen können, wie die Bibel das in der Brüchigkeit sagt. Aber es wird klar und deutlich aus den Bezügen, dass der Engel des Herrn Gott selber und damit Jesus selber im Alten Testament ist. Ich will Ihnen das an einigen Stellen zeigen und beweisen. Zum Beispiel 1. Mose 31. Da heißt es, dass Jakob im Traum der Engel des Herrn erscheint. Und dann spricht dieser Engel und er sagt, Ich bin der Gott, der dir zu Bethel erschienen ist, wo du einen Stein gesalbt hast. Also der Engel des Herrn sagt selber, ich bin Gott. Genauso spricht er in 2. Mose 3. Als Mose da die Schafe seines Schwiegervaters Jethro hütet, da erscheint ihm im brennenden Dornbusch der Engel des Herrn und der fängt an zu sprechen und sagt dann, Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Also der Engel des Herrn bezeichnet sich selber als Gott. Das würde kein anderer Engel tun. Kein Cherubim, kein Seraphim, keine der gewöhnlichen Engel, nicht Michael, nicht Gabriel. Das tut nur der Engel des Herrn. Auch als Gideon Begegnung mit dem Engel des Herrn hat, ist es so, dass er ihm dann zum Ende ein Opfer darbringt und der Engel das annimmt. Wäre der Engel nicht Gott, so hätte er das Opfer abgewehrt. Hätte er gesagt, das darf nicht sein. An anderen Stellen der Bibel sehen wir das. Etwa in der Offenbarung, da will Johannes niederknien und den Engel anbeten, sagt er, das steht mir nicht zu, da steht nur Gott alleine zu. Aber bei Gideon nimmt der Engel des Herrn diese Anbetung an. Also ist es klar, dass hier Gott sein muss. In besonderer Weise sich hier offenbart, dass hier Gott, dass Jesus hier den Menschen schon verborgen im Alten Testament entgegentritt. Ich könnte jetzt noch zahlreiche Stellen im Alten Testament aufhören. Ich darf Ihnen zusammenfassend sagen, dass der Engel des Herrn als Gott wahrgenommen wird. Dass er als Richter handelt. Dass er Dinge aus eigener Autorität befiehlt. Dass er Anbetung annimmt. Dass er Verheißungen schenkt. Dass er tröstet. Und das sind alles Eigenschaften. Das sind alles Eigenschaften, die dem lebendigen Gott, die Jesus Christus zugehören. Das ist ganz wichtig. Das muss man klar haben, wenn man diesen Text liest. Das ist nicht irgendein Engelchen. Die Engel sind schon gewaltig und großartig. Das ist was Fantastisches, wenn der Herr seine Schutzengel zu uns sendet. Ja. Aber der Engel des Herrn, von dem hier die Rede ist, das ist noch etwas ganz anderes. Hier haben wir die Gegenwart des lebendigen, ewigen, selber im Alten Testament. Hier tritt uns Jesus, und das ist übrigens nicht meine Auslegung, sondern alle gläubigen Brüder in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte haben das so verstanden. Hier tritt uns Jesus im Alten Testament entgegen. Das ist das Erste, das wir festhalten müssen, wenn wir diesen Text durchbuchstabieren, dass der Engel des Herrn, das ist der Lebendige selber, dass es Jesus selber ist. Ein zweites, zweiten Punkt, den ich mich zuwenden möchte, ist das Lagern des Engel des Herrn. Noch einmal möchte ich diesen Text lesen, da heißt es, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Der Engel des Herrn tut etwas, sonst wird in der Bibel im Alten Testament nicht viel beschrieben, was der Engel des Herrn tut. Deshalb ist das ein ganz besonderes Wort. Es sagt uns, dass sich der Engel des Herrn lagert, herumlagert. Und da lohnt es sich einfach, dieses Wort einfach mal so ein bisschen zu assoziieren, zu gucken, was heißt das, dass Gott, der Lebendige, sich im Engel des Herrn um uns herum lagert, wenn, da kommen wir gleich zu, wie wir ihn fürchten. Lagern hat ja etwas mit Niederlassen zu tun. Also wenn man irgendwo hinkommt und schlägt sein Lager auf, dann bleibt man da ja für einige Zeit. Das heißt, da ist man dann. Jetzt muss ich Ihnen das zumuten, da ist man dann. Da ist dann die Gegenwart von einem. Da ist man dann. Da ist die Gegenwart von einem. Und Gott schenkt uns, wenn wir ihn fürchten, seine Gegenwart. Das klingt so unspektakulär, ist aber das Größte, was es gibt. Wir haben uns so großartig, dass wir in unserer Liturgie das jeden Sonntag hier durchbuchstabieren. Wir singen immer als allererstes, Gott ist gegenwärtig. Ich habe das heute bei der Begrüßung so ein bisschen ausgeführt. Gott ist gegenwärtig dort, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Wo sie ihm die Ehrfurcht bringen, dass sie am 4. Advent nicht zu Hause mit der Mutti das Frühstück ausdehnen bis um 1 Uhr, sondern sagen, nein, ich ziehe mich an, ich mache mich schick, ich gehe ins Haus unseres Gottes. Ihm zu Ehre, weil er gesagt hat, wir sollen den Feiertag heiligen. Bei diesen Menschen, die ihm Ehrfurcht geben, da lagert sich der Engel des Herrn. Da ist die Gegenwart des Lebendigen bei uns. Gegenwart Gottes ist das Großartigste und Wunderbarste, was es gibt. Als Salomo den Tempel gebaut hat, und das ist quasi der Endpunkt der Landnahme, nicht nur, dass sie die ganzen Fremdvölker niedergerungen haben, dass sie das Land in Besitz genommen haben, dass sie Häuser gebaut haben, Gärten angelegt haben, Weinstöcke gebaut haben, alles wunderbar. Höhepunkt der Landnahme ist letztlich der Bau des Tempels. Und dort, als Salomo betet, dass die Gegenwart Gottes einzieht in den Tempel, Oh, was für ein besonderer und heiliger und wunderbarer Platz. Aber hier wird uns gesagt, dass sich der Engel des Herrn auch um die lagert, dass Gott da auch seine Gegenwart hat, die ihn fürchten. Wow. Im Englischen heißt dieser Vers, The angel of the Lord encampers surround them that they fear him. Encampers, da steckt dieses Camping drin, nicht? Das ist so, ich will nicht despektierlich von Gott sprechen, aber Camping, nicht? Gott kämpft bei uns, er nimmt Lager bei uns. Das ist das Wunderbare, wenn wir ihn fürchten. Dann ist er bei uns, die Gegenwart des lebendigen Gottes ist bei uns. David sagt im anderen Psalm, halt im Psalm 139, Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand um mich. Warum? Weil David Gott gefürchtet hat. Das ist das Tolle. Gott lagert sich um einen rum. Und so ein Lager, das gibt einem Schutz, wenn ich ein Lager habe. Ich habe als junger Mann begeistert die Bücher von Reinhold Messner gelesen. Heute halte ich nicht mehr sehr viel von diesem Mann, weil es ein schlimmer Okkultist ist. Aber dieser Reinhold Messner ist unbestritten der beste Bergsteiger, den es jemals gegeben hat. Und wenn man dann so Bücher gelesen hat, wie Alleingang zum Endpunkt, wie er ohne Sauerstoff zusammen mit Peter Habler den Mount Everest bestiegen hat. Und dann kommen sie runter und die sind fast am sterben. Und es gibt für sie nur eine Sache, zurück ins Lager. Weil im Lager, da haben sie Schutz, da haben sie Essen, da ist das Zelt. Aber sie müssen noch gehen. Dann ist etwas, was bei mir hochschießt, wenn ich das Wort lagern höre. So ist Gott für mich. Er ist mein Schutz. Er ist meine Burg. Er ist mein Zuhause. Und wenn du diesen lebendigen Gott fürchtest, dann darfst du wissen, dann lagert er sich auch um dich herum. Dann hast du auch Schutz und Zuflucht. Übrigens, das Lagern Gottes wird an anderer Stelle von den Engeln noch einmal gesagt. An einer ganz wichtigen Stelle. Als die Menschen aus dem Paradies vertrieben werden, da setzt Gott seine Cherubim, diese Kampftruppe, vor den Eingang des Paradieses. Und da heißt es in 1. Mose 23, Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit flammendem, blitzenden Schwert. Auch hier wieder dieser Begriff des Lagerns, dieser Schutzbegriff. Hier natürlich zur Abwehr, dass die Menschen nicht mehr vom Baum des Lebens essen können. Aber Gott lagert sich bei uns. Und der Engel des Herrn, das ist nochmal eine ganz andere Nummer als diese Cherubim. Das ist schon gewaltig. Aber was ist das für Wunderbares, dass sich der Engel des Herrn um uns lagert. Und wir in dieses Lager, und ich sage das jetzt mal wirklich, kommen dürfen, dass wir bei diesem Gott, der sich bei uns lagert, und das kriegt man ja im Lager, alle Nachschub bekommen, was wir brauchen. Wenn sie dann irgendetwas Mangel haben, dann gehen sie ins Lager, ob auf der Arbeit oder beim Bergsteigen halt. Sie kommen in ihr Lager und bekommen dann Essen, Trinken, Warme, was weiß ich. Und so ist es auch bei dem lebendigen Gott. Wenn er sich um uns lagert, dann haben wir allen Nachschub in unserem, ich spreche jetzt im Bild Lager, in seiner Gegenwart, die wir brauchen. Trost, Kraft zu lagen, Wegweisung, egal was wir brauchen. Wir kriegen es bei dem Gott, der sich um uns lagert. Aber nicht nur, dass wir dort die Kraft zu lagen kriegen, den Trost kriegen, die Wegweisung kriegen. Nein, wir haben auch dort unsere soziologische Beheimatung. Wenn sich Gott um uns lagert, dann gehören wir zum Lager Jesu. Lager kann man ja auch verstehen, wie im Politischen. Da gibt es ja auch Lager. Da gibt es die Konservativen, da gibt es die Linken halt. Es gibt im Militär, also im Krieg gibt es unterschiedliche Lager. Da ist die eine Heeresgruppe, da ist eine andere Heeresgruppe halt. Da gibt es Lager, denen man zugehört. Und wenn wir Gott fürchten, lagert sich, so sagt es dieses Wort, der Engel des Herrn um uns und damit gehören wir zum Lager Jesu. Durch die Gottesfurcht gehören wir zum Lager Jesu. Das ist etwas ganz Wunderbares. Ein ganz starkes, tolles Bild zu sagen, dass ich weiß, ich weiß, zu welchem Lager ich gehöre, weil ich Gott die Ehre gebe. Und umgekehrt, weil ich die Ehre gebe, bin ich im Lager Gottes. Das ist etwas ganz, 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 ganz Wunderbares halt. Und wenn du Gott ehrst, wenn du ihn fürchtest, dann hast du eine Beheimatung. Dann gehörst du zum Lager Gottes, weil er sich im Engel des Herrn um dich herum lagert. Das Lagern des Engel des Herrn. Ein drittes, der Ort des Engel des Herrn. Noch einmal möchte ich diesen Vers lesen. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Das ist die Voraussetzung für das Lagern des Engel des Herrn. Dass wir den lebendigen und heiligen und ewigen Vater, Sohn und Heiligen Geist fürchten. Dann, dann lagert er sich um uns herum. Die Furcht des Herrn schenkt uns das Lagern des Engel des Herrn. Und nicht nur an dieser Stelle, sondern, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, betont die Bibel immer wieder, wie wichtig die Furcht des Herrn ist. Auch das habe ich von dieser Kanzler schon häufig gesagt. Aber weil es so zentral ist, wiederhole ich es gerne heute Morgen noch einmal. Die Bibel unterscheidet zwei Arten von Furcht. Einmal Angst haben. Angst haben in dieser Welt. Angst haben zu sterben, krank zu werden, kein Geld mehr zu haben. Angst nicht irgendwie fertig zu werden mit den Problemen, die vor mir sind. Angst um meine Ehe, weiß der Kuckuck alles was. Diese Angst ist Gottes Kindern verboten. Wir haben eben die beiden Lesungen gehört. Da kommen die Engel, das Erste, was sie sagen, fürchte dich nicht. Und das meint das, hab keine Angst. Die Angst ist verboten. Häufig ist der Satz der Bibel, auch das wiederhole ich immer wieder, lautet, fürchte dich nicht. Und ich weiß ja nicht, mit welcher Angst du heute Morgen gekommen bist. Was deine persönliche Angst ist, die ist dir verboten von dem lebendigen Gott. Dieser lebendige Gott ruft dich morgen zu einer Furcht auf, nämlich zu der Ehrfurcht vor ihm. Schau auf mich, hab Ehrfurcht vor mir, so sagt dir der lebendige Gott heute Morgen. Dann brauchst du in dieser Welt vor nichts mehr Angst zu haben. Das ist das Geheimnis christlichen Lebens. Je größer unsere Ehrfurcht, die in der Bibel geboten ist, je größer unsere Ehrfurcht vor Gott ist, desto kleiner wird unsere Weltangst. Das ist genau ein reziprokes Verhältnis. Und je größer unsere Weltangst wird, desto kleiner ist unsere Ehrfurcht. Und Ehrfurcht ist das, wozu Gott dich heute Morgen aufruft. Und wenn du die hast, das verheißt er dir, dann wird er sich selber in seinem Engel, im Engel des Herrn, bei dir lagern. Dann hast du Gemeinschaft mit ihm. Ehrfurcht, das ist das Bewusstsein der unüberbietbaren Autorität unseres Herrn. Das Bewusstsein der absoluten Heiligkeit Gottes, des Bewusstseins, das diesem Gott fortwährend Anbetung, Lobpreis und Ehre gebührt. Diese Ehrfurcht hat die Welt nicht. Das können Sie sehen, wie Menschen zum Teil morgen Heiligabend feiern. Da geht es um tausend Dinge. Geschenke, Weihnachtsbaum, da geht es um das Essen, den Nachtisch, alles tausend Dinge, die für Menschen an Menschen gemacht werden. Aber die Ehrfurcht des lebendigen Gottes gibt es bei der Welt nicht. Das Gotteskind, das muss kein Weihnachten feiern. Weil für das Gotteskind im Prinzip jeden Tag Heiligabend ist. Weil er weiß, es gibt einen lebendigen Gott. Und der in Ehrfurcht lebt, der hat keine Angst mehr vor den Menschen. Zu dieser Ehrfurcht vor Gott sind wir aufgerufen, immer wieder Ehrfurcht zu haben. Übrigens auch in unserem Gottesdienst, in der Liturgie, immer wieder diese Elemente, die uns zur Ehrfurcht treiben. Viele Leute verstehen ja nicht, warum wir gewisse Dinge machen. Da hat alles, was wir tun, mit Ehrfurcht zu tun. Beispielsweise, wenn wir singen, Ehre sei Gott in der Höhe. Ja nicht deshalb, weil das so ein tolles Lied ist und weil uns nichts anderes einfallen würde. Nein, weil das das Wichtige ist. Das müssen wir jeden Sonntag tun. Jeden Tag tun. Immer zur Ehre des lebendigen Gottes. Nicht nur singen, sondern das auch im Herzen haben. Ehrfurcht haben. Dass wir im Gottesdienst aufstehen vor dem Wort Gottes. Das hat was mit der Ehrfurcht des lebendigen Gottes zu tun, weil wir ja wissen, dass Gott selber das Wort ist. Und wenn er spricht, wenn er redet, dann stehen wir auf. Weil wir sagen, jetzt begegnet uns Gott in seinem Wort. Und aus Ehrfurcht erheben wir uns. Wir machen nicht irgendwie ein Gesundheitsprogramm, weil wir sagen, in einerinhalb Stunden sitzen ist es ganz gut, mal aufzustehen. Das ist besser für die Dichblutung in ihren Waden. Das mag es auch sein. Aber das Zentrale ist die Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Auch, dass wir hier bei uns im Gottesdienst nicht klatschen. Wir sind keine weltliche Vereinigung. Wenn ihr eigentlich eine gute Leistung bringt, ob auf der Orgel, auf der Kanzel, an der Posaune, wo auch immer, dann tut das zur Ehre Gottes. Das ist ein Privileg. Da braucht es keinen Beifall von Menschen mehr für. Oder dass wir zum Beispiel, hat mich ein lieber Bruder die Woche gefragt, warum bleiben wir denn beim Nachspiel nicht sitzen, wenn der Organist spielt? Weil mit dem Segen Schluss ist im Gottesdienst. Im Gottesdienst beginnt immer mit dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und endet und endet mit dem Segen. Deshalb stehen wir auf, weil alles andere dann nur weltlich ist, egal wie gut der Organist spielt. Aber das ist wichtig. Wir tun es aus Ehre und aus Wertschätzung gegenüber dem lebendigen Gott. Das ist übrigens auch das, was wichtig ist für uns als Gemeinde. Das ist mir wichtig. Das war meinen Vorgängern immer wieder wichtig. Wir wollen nicht sein für Menschen. Wir wollen etwas sein zur Ehre, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt es übrigens in Epheser 1. Wir wollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Und damit ist eine Gemeinde immer gut aufgestellt, wenn sie nur nach einem trachtet, zur Ehre und zum Lob des lebendigen Gottes zu leben. Wenn sie das tut, ist alles in Ordnung. Dann kommen die menschlichen Dinge automatisch sowieso. Aber wer der Gemeinde, wer der Kirche, die anfängt, nicht in der Ehrfurcht Gottes mehr zu leben, nicht nach der Ehrfurcht Gottes zu trachten und zu verkündigen, sondern auf die Welt guckt. Das ist Programm der EKD in Deutschland geworden, nach dem Zweiten Weltkrieg. Da waren die Türen offen. Wir hätten machen können, was wir wollten. Was haben die angefangen? Haben gesagt, wir müssen politische Bildung machen. Da hat man Bildungsinstitute gegründet und hat dieses Bonhoeffer-Wart falsch verstanden, Kirche für das Volk zu sein. Kirche für das Volk. Man will etwas sein in dieser Gesellschaft. Ich will nicht sein in dieser Gesellschaft. Ich will etwas sein zur Ehre und zum Lob des lebendigen Gottes. Es gibt auch Gemeinden jetzt, die sich dann neue Konzepte geben. Dann sind sie auf einmal Familienkirche, Kirche für den Stadtteil. Da gibt es ganze Theologien, die sich daraus entwickeln. Emerging Church. Da wird erst nicht geguckt, was in der Schrift steht, sondern dann wird eine Gemeinde gegründet, was braucht denn der Stadtteil. Ich kann euch die Antwort geben, was ein Stadtteil braucht. Ob es Hochding ist, ob es Oberneuland ist, ob es Aßen ist, ob es Stadtmitte ist. Jesus, 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 nichts anderes. Nicht, was Menschen brauchen wollen oder sonst irgendwas, sondern, was Gott denkt, was die Menschen brauchen. Das hat er uns gesagt. Jesus, 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 nichts anderes. Das ist die Antwort, die Lösung für alles. Und zu seiner Ehre, zu seinem Lob und zu seinem Preis wollen wir da sein. Und wenn wir das tun, dann werden wir erleben, wie im Persönlichen, wie im Gemeindlichen, wie der Herr Segen schenkt. Und wenn wir auf die Welt schauen, uns an der Welt ausrichten, werden wir genau das andere erleben. Dann spielen wir das Spiel des Teufels. Und er dekliniert uns von A bis Z durch mit all den Ängsten, mit all den Sorgen, mit all den Schwierigkeiten. Lasst uns immer, gemeindlich wie persönlich, in der Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott stehen. Dann hat er uns verheißen, dass er sich um uns lagern wird. Und dann werden wir allen Segen haben, den wir brauchen. Die Bibel lädt ein, zu einem Leben in der Furcht des Herrn, in der Ehrfurcht vor dem lebendigen. Und das möchte ich heute Morgen auch noch einmal ausdrücklich tun. Dich einladen zu solch einem Leben. Einem Leben in der Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Ein viertes, was wir durchbuchstabieren wollen, ist der Schluss dieses Wortes. Die Hilfe des Engel des Herrn. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Der Engel des Herrn hilft heraus. Da habe ich mir auch überlegt, woraus hilft denn Gott? Woraus hilft denn der Engel des Herrn? Nun, er hilft aus Problemen und Schwierigkeiten. David, der diesem Psalm 34 geschrieben hat, wie kennen Sie diese Geschichte, hat als junger Mann einmal ein großes Problem gehabt, als er zu seinen Brüdern kommt, um den Essen zu bringen und mitbekommt, wie der Philister-Goliath, der Philister-Krieger, Gott lästert. Und niemand aus seinem Volk aufsteht und dem wehrt. Die Ehre Gottes wird beschmutzt. Niemand ist in Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott, sondern ganz Israel hat die Hosen voll, hat Weltangst vor diesem tatsächlichen Superkrieger, der über zwei Meter groß war, schwer bewaffnet gewesen ist. Aber, als David das mitbekommt, da sieht er nicht das Weltliche, sondern die Ehrfurcht Gottes, die packt ihn so, dass er sagt, das kann nicht sein, dass der Name des lebendigen Gottes hier gelästert wird. Und dann tritt er den Kampf an, im Namen des Herrn. Obwohl er nicht mehr das Schwert und die Rüstung von Saul tragen kann, die ihm angeboten wird, tritt er nur mit seiner kleinen Steinschleuder gegen diesen Super-Militär- und Super-Krieger an. Und, er darf erleben, wie Gott ihn rausholt. Das ist übrigens auch das so wunderbares Wort, wie David in den Kampf tritt und sagt, der, der mir geholfen hat gegen Bären und Löwen, der wird mir auch helfen gegen diesen Philister. Da ist kein Schiss bei ihm, keine Angst, da ist ein Problem da, eine große Schwierigkeit. Oh ja, aber da ist eher Furcht vor dem lebendigen Gott. Und dann darf er erleben, wie Gott selber ihm die Hand führt und wie er den Philister diesen Goliath in seine Hand gibt und er ihn schließlich abschlachten kann. Goliath ist das Sinnbild der übergroßen Probleme unseres Lebens, mit denen wir aus weltlicher Sicht nicht fertig werden. Wir nicht. Aber für unseren Herrn ist das ein Klacks. Und der Herr schenkt uns diese Hilfe und holt uns aus diesen Problemen raus, wenn, ja, wenn wir ihn fürchten. Aber er hilft uns nicht nur bei den Problemen und Schwierigkeiten, er hilft uns auch aus den Ängsten. Es gibt ein Wort im Timotheusbrief, im zweiten Timotheusbrief, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Sollen Sie vielleicht sagen, ja gut, wenn der Latzel so sucht, in 66 Büchern der Bibel wird er schon irgendwo was finden, was da gegen die Furcht spricht. Aber Timotheus ist ein besonderes Buch. Sie wissen, Timotheus ist der Gemeindeleiter, der junge Gemeindeleiter in Ephesus gewesen, der hatte auch Ängste, hat gedacht, wie schaffe ich das denn, diese Gemeinde zu leiten, das aufzubauen? Und Gott sagt ihm das, ihm persönlich, dem Timotheus. Aber diejenigen von Ihnen, die so ein bisschen sprachbewandt sind, wissen, Timotheus heißt, fürchte Gott. Fürchte Gott. Das ist die griechische, also die deutsche Übersetzung dieses griechischen Wortes, fürchte Gott. Das heißt, dieses, was im Timotheusbrief steht, gilt allem, die Gott fürchten. Und wenn wir Gott fürchten, dann gilt uns dieses Wort, 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonderheit. Und wenn du heute Morgen gekommen bist mit irgendeiner Weltangst, die dich bewegt, dann kann ich dir nur eins sagen, fürchte Gott. Und dann wird Gott dir diese Angst nehmen und dir durch seinen Geist Kraft, Liebe und Besonnenheit schenken. Das ist das Wunderbare, wenn man den Herrn fürchtet, so wie Timotheus, dass man das erleben darf, dass selbst in angstvollen, furchtbaren Situationen der Herr kommt. Aber nicht nur in Ängsten, auch in Depressionen, in Traurigkeiten, in Trauer. Hilft unser Herr heraus, wenn wir ihn fürchten. Jesus selber sagt, in Matthäus 11, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das möchte ich dir sagen, angesichts deiner Traurigkeit, deiner Trauer und deiner Depression. Fürchte den Herrn und er wird dir heraushelfen. Da kommen Leute zu mir und sagen, das dürfen sie so nicht sagen, das ist eine unzulässige Verkürzung. Nein, also wenn einer Depressionen hat, dann muss er zum Psychologen und zum Arzt. Ja, Depression ist eine Krankheit, da muss man zum Arzt. Aber vor allen Dingen muss man Ehrfurcht vor Gott haben. Der holt raus aus Depressionen. Lest es nach, 1. Könige 18 und 19, wie der depressive Elia geheilt wird. Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Und wenn ich das nicht mehr sagen kann, höre ich auf, Pfarrer zu sein. Das werde ich immer sagen, weil es die Wahrheit ist. Gott holt nicht nur raus aus Sorgen und Problemen, nicht nur aus Ängsten, auch aus Depressionen, Nöten und Schwierigkeiten. Jesus selber sagt, kommt her zu mir, ihr mühselig und beladenen. Er hilft euch heraus. Dazu braucht ihr aber die Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott, dass ihr wirklich auch sagt, ja, das kann Gott tun. Wer dann sagt, ja, da hat vielleicht mein Neurologe, mein Arzt mehr drauf als mein lebendiger Gott. Der gibt dem Arzt mehr Ehre als dem lebendigen Gott. Und der muss sich nicht wundern, dass er Zeitlebensmedikamente fressen wird und nicht geholfen bekommt. Nein, gebt dem lebendigen Gott die Ehre. Fürchtet ihn. Und ihr werdet sehen, wie er euch hilft, wie er euch herausholt. Das nicht nur bei Trauer, Depressionen, bei Ängsten, bei Sorgen. Er holt uns auch heraus aus der finalen Katastrophe, aus dem Tod. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Ich fürchte meinen lebendigen Gott und ehre ihn, versuche ihn zu ehren mit meiner sündigen und kleinen Kraft und weiß deshalb, dass dieses Wort wahr werden wird. Wahr ist in meinem Wort, aber wahr werden wird, ganz besonders im Moment meines Todes. Wenn hier nichts mehr zu holen ist auf dieser Welt, wenn biologisch das Finale eingeläutet wird, Herz aufhört zu schlagen und dann der Verwesungsprozess eintritt und das zerfällt und nichts mehr ist, dann ist er da und hilft mir raus aus all dieser Verwesung, aus all diesem Staub, aus all diesem Elend und schenkt mir das ewige Leben bei ihm im himmlischen Jerusalem. Das ist das Wunderbare, dass unser Gott und Herr, wenn wir ihn fürchten, sich um uns lagert und dass er uns heraushilft, selbst heraushilft aus dem Tod. Und ich weiß nicht, mit welchem Hilfsbedürfnis du heute Morgen gekommen bist, wo du sagst, da ist Not, da ist Elend, da ist Schwierigkeit in meinem Leben, weil du trauernd bist, weil du traurig bist, weil du Angst hast, weil du Sorgen hast. Ich weiß nicht, was es ist, was dich momentan kümmert, aber ich darf dem lebendigen Gott das sagen, im Namen des lebendigen Gottes, dass er dir heraus helfen wird, wenn du ihn fürchtest. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Vier Punkte, die wir durchbuchstabiert haben, erstens über den Engel des Herrn, zweitens über das Lagern des Engel des Herrn, drittens über den Ort des Engel des Herrn und viertens über die Hilfe des Engel des Herrn. Ich habe die Predigt begonnen mit der Erzählung davon, dass der Posaunen-Chorleiter, bei dem ich früher geblasen habe, im Chor, uns immer wieder hat diese Stücke durchbuchstabieren lassen, die wir dann geprobt haben. Und er hat es gemacht darum, damit hinterher wir dieses Stück als Ganzes spielen können, in all seiner Herrlichkeit, in all seiner Klarheit. Wir sollten hinterher das richtig erklingen lassen. Und das wünsche ich mir für Sie, dass Sie dieses Losungswort für den heutigen Tag, das Gott Ihnen schenkt, jetzt wirklich auch ganz neu erklingen lassen können in Ihrem Leben. Dass Sie es vielleicht ein Stück intensiver und tiefer verstehen können, was der lebendige Gott Ihnen gesagt hat. Deshalb haben wir es durchbuchstabiert. Und deshalb darf ich es Ihnen, darf ich es Dir noch einmal zurufen. Losung Gottes für Dich, für diesen Tag und die Zeit, die vor Dir liegt. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Amen. Der Friede unseres lebendigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Dankp unter und froh. Ich bin frei, in Droh. Herr hat ihn, der scinendeu превsten wir, dich ECF- die schaffing, ich bin her, Vielen Dank.